Hallöchen Freunde der Sonne Willkommen zurück zu Minecraft Season Number One Klappe die 7000 Millianste mit dabei sind die üblichen Verdächtigen Gifty die hallo billi nö und andere hallo Willi Vanilli was die ich bin immer noch in meinem Haus bauen ich habe ich damals am verzweifeln wie ich das tue ich sehe jemanden du siehst jemanden ich glaube das ist einer mit lila Schrift lila ist Steve ah dann sehe ich Steve von hier ich bin pink ist das selber eigentliche ich hab ein Schaf gefunden so weit können Jungs noch Wesen haben wie denn ich hab noch kein Bett ich auch nicht ja wo die Jockerze er verpiss dich richtig auf die Koronis jetzt ich kann mir gleich ein Bett bauen du musst halt mit der Dunkelheit lebensdienst Mann guck zu ich weiß ok aaaaaaah du dumm tsch ich weiß ok alles klar hier kam gerade ein Zombie hoch Standard ist doch bei dir immer so find ich cool oh shit wird angegriffen endlich von ist kein schlimmer Verlust er steckt seine Hand in meine Tür rein verziehe ich nur in die Tür ich komme nicht mehr raus ich kann die Tür nicht aufnehmen ich sehe eine verruchte Spinner du wichst Zombie schaffst du ihn? ja das wenn du stirbst ist nicht schlimm du wirst ja nicht weit vom Spawn entfernt deine Mutti hatte ich schon was? das glaubst du ja das weiß ich ohne Beweise haben wir die Aufnahme schon gestartet? ja klar Scherz an Scherz nur keiner lacht bei dir ist man nicht so sicher ob das wirklich ein Scherz ist jetzt wirst du in der Aufnahme sehen bist du sicher? so lange werde ich ohne meinen Anwalt nichts dazu sagen du hast doch gar kein Anwalt bist du ein Richter doch Richter haben keine Anwälte du hast du es jetzt noch nicht angeklagt noch nicht kann sich noch ändern Steve Steve steht schief ja glaube ich dir sogar auf Anhieb ich glaube nicht du Schwein alter das war für Pascal wo ist mein Höhleneingang? Merci ich habe ihn gegessen du frisst aber auch alles André ja ich bin so schlecht bezahlt bei Subanimans ich auch ich muss mir mal Essen Coupons kaufen ey man könnt ihr euch Essen leisten ja Essen was ist Essen? wir haben gerade festgestellt dass ich das nicht kann er kann sich dir ein Essen leisten Essen ist überwertet was ist Essen? kann man das essen? ja essen kann man essen stell dir vor du hast zerstört ein ganzes Weltbild du hast ein Weltbild? hab ich mich auch gerade gefragt ja wir ich sag es jetzt nicht ja ja ich sag es nein ich sag es nicht hau raus hier ist ein fetter Kasten nein nein ich könnte richtig komm hau raus hau raus hau raus sein Weltbild ist wie ihr eine gewisse Person eine gewisse eine gewisse stopp Steve das wird zufrieden bin ich glaube ich direktorin direktorin was was ah nein schnittriert was 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 wir haben doch eh gesagt jetzt müde ich das nicht was kann jetzt mal ne Audio ja wo ist denn da bist du behindert dass du was sagst wieso sagst du dir die Wahrheit es gibt doch Grenzen nein nicht bei Kiebschki das tut mir leid andere dass ich dein Geheimnis verraten habe wo ist denn mein Höhleneingang what the fuck hab ich jetzt eigentlich Holz abgebaut bin ich behindert ja danke gerne schön das hatten wir auch schon vorher festgestellt das ist doch bei Steve ist doch bei dir ein Dauerzustand hä ich weiß noch was bei mir ein Dauerzustand ist meine Freunde hm du hast ständig einen Dauerzustand oder was ja die pustest du auch immer auf dein Dauerzustand ja stimmt ich hab den Höhleneingang gefunden ich hab sie gefragt was sie davon hält sie meinte die Luft ist raus boah alles klar ich lass das mal jetzt unkommentiert jetzt war sie bestimmt alle hä was meint er denn mhm denk mal drüber nach meine Freunde ich möchte am liebsten nicht über dich nachdenken ja dann mach das nicht das kommt an Steve denken ja warte mal du hast recht ja oh oh ich wär liebsten ich wär liebsten Steves Kopf reiben Kopf reiben? ah später kann ich mich auf Steves Kopf mal schön raufsetzen ich glaube nicht geil ist das geil dann lässt sich nicht drüber streiten total eh alle sind tot still also André hat mich zumindest nicht geschrieben da hat sie jetzt umgebracht wie André hat hier nicht geschrieben nichts dass er schon gestorben ist dass er geköpft wie auch immer André hat eigentlich Suizid begangen Schreiben wir Endlich Endlich ist er weg eine kurze Schweigeminute für André ich schreib ich schreib mir grad die Hände Schweigeminute ist ab der Linz André wenn du nicht antwortest hast du deinen Prozess verloren es kann reden es lebt noch es hat auch Gefühle es hat Gefühle an Gefühlen bin ich mir nicht so sicher manchmal zweifle ich auch dran doch Hunger ist auch ein Gefühl nicht in diesem Land ich hab dir ja nicht die ganze Zeit geblieben auf die Eier PENNER nicht nur dir ist halt festhälstig und gay du bist immer so Herze allerliebst ey immer das Kimschki doch immer ich vergesse es immer wieder weil ich immer an der Scooter am Menschen glaube und dann kommt Kimschki ja da ist wieder Hoffnung verloren auf Scooter wieso ich wieso ich und du der Assi bist ich hab nichts gemacht endlich mal kann ich mit André mal einer Meinung sein ja ich hab nichts gemacht ja ja du bist ein Monster ich bin kein Assi ich bin Satan ist ja noch schlimmer Satan ist verglichen zu dir ein Engel das ist wahr ja ok aber der Assi ist trotzdem André nein doch du bist der Assi nein ich bin schlimmer als Satan du bist der Antichrist ja also Kimschki langsam mich enttäuscht wieso wo hab ich auf was hab ich mich hier nur eingelassen weiß ich wir sind wir sind hier eine einer jeder ist von uns gläubig glaubst du ich möchte nur meine Religion durchsetzen ich glaube an Moses Salah ich glaube an das nichts ähm wer wer ist denn wer gräbt sich denn da ganz nach unten muss ich mal gucken ja irgendein blauer hat sich hier blauen gegraben ich will dich hier nicht haben blaues André hä hat Steve grad mit mir geredet ja wieso ey was willst du denn von mir ich baue dir gleich hier deine Werkbank ab ich baue dir ein Schloss aus Sand ah ne ne du ich baue eine Stadt für dich Kesserat kesserat steeef jerat jerat den fack und dir wie nochmal gedicht jetzt dann voller Einlage von den beiden Jungs ich krieg gleich der Pest du bist die Pest sagen die Richtigen Ich rotte eure Art aus. Was? Wen rottest du aus? Ich rotte eure Art aus. Dass ihr euch nicht mehr vermehren könnt. Ich hab Ton. Alter, ich hab Ton. Alter, jetzt. Walk on, walk on, with hope. In your heart. Ich habe dir. Ich habe dir. Walk alone. Ich weiß, wo ich mich bediene. Ich weiß, wo ich mich bediene. Hey! Der war denn hier unten schon drin. Hier sind alles da fackeln. Hey, ihr Fotzen. Was macht ihr denn da unten? Gätschi, wo willst du dich denn mit ihnen? Na bei mir! Bei Andre. Wohntst du hier unten, oder? Ich wohne nicht hier unten. Ja, kann ich ja weitermachen. Fick dich, hau mal ab. Das ist meine Mine, die habe ich entdeckt. Mann, mach doch mal eigentlich so eine Mine hier. Jetzt hältst du dich für krass, wa? Okay. Ich habe nicht so geschrien. Okay, was? Kannst du mich mal? Komm ja schon raus, ist ja gut. Schwinder. 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 Jetzt reiße ich dir die Eier ab. Jetzt hast du gleich einen Hoden weniger. Hab ich schon. Ich weiß, ich bin da rauf getreten, sorry. Gibt zwei Hoden weniger. Gibt zwei Hoden weniger. Ich habe immer noch kein Bett. Weil ich habe jetzt keinen Bock jetzt hier rumzustehen. Ich habe immer noch kein Bett. Ich auch nicht. Ich hasse euch. Ich schon. So, die Höhle ist jetzt für jeden. Kannst du mir ein Bett vorbeibringen, Willi? Sonst will ich in die Höhle nicht mehr. André, bevor dieser Tag kommt, schneide ich mir beide Finger ab. Also Leute, wer ist dafür, dass Willi mir ein Bett vorbeibringt? Ich. Ich mache es trotzdem nicht. Du hast es gesagt. Wir haben es alle gehört. Haben wir Besitzansprüche an Häusern? Ja, warum? Das, was du gebaut hast. Warum fragst du? Weil ich mir jetzt ein Haus hier zu eigen mache. So. Es ist mein Haus, so. Welches Haus denn? Hier steht so ein Dreckhaus. Hallo. Zieh dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, sogar eine Truhe ist hier. Oh, da ist so einiges drin. Ich bediene mich mal. Nee, geh weg jetzt. Zu spät. Ich habe schon was rausgenommen. Tschüss. Was ist dein Haus mit Dynamis? Erstens hast du kein Dynamis, zweitens habe ich kein Haus. Beides ist traurig. In der Tat. Nicht nur wenig. Ich bestick mal Steves Ofen mit Kohle. Hallo. Hallo, Kollege? Sieb einfach warm. Oh, Töpzi schiebt. Gute Nacht, Töpzi Zeug. Nachts. Gute Nacht, Willi. Es geht los jetzt. Was geht los? Ich muss Steves Bett besudeln. Okay. an dieser stelle höre ich glaube ich lieber die aufnahme aufgesehen und tschüss ich habe keine ahnung ich habe vergessen darauf zu gucken ich muss mal kurz über 16 minuten ich stelle mir zu stopp was dann ist länger als dein video gewesen steve ich glaube nicht deine ging nur 14 weil man sieht in den aufnahmen finden dann aufnahmegalerie gehst das finde ich unfilm ich würde gerne einspruch anlegen abgelehnt dann ist jetzt wie die mit der aufnahme dran das hatte ich für ein gerücht ich würde offline gehen wir können andere wir können jetzt noch eine halbe stunde noch aufnehmen dann ist jeder einmal dran gewesen und dann das hast du nicht vorhin gejammert dass du morgen um sechs raus musst ja ist egal ich schlafe ich halt nur sechs stunden jetzt ist ein scheiß sicher ja endlich mal wieder so fangen wir an war weiter drei zwei eins